Willkommen zurück bei ZockerTV und heute mit einem weiteren Video meine Freunde. Wir starten heute ein neues Projekt zusammen mit dem lieben Hamaro. Sag mal hallo. Moin moin. So wir starten heute mit ja es kann nur einen geben. Im Prinzip sowas wie das letzte Format was ich hatte. Das liebt ja nicht lange weil ja das hat sich nicht mehr. Deswegen fangen wir jetzt heute mit ja mit Hamaro neu an und wir spielen heute Crash Team Racing mit Bestrafung meine Freunde. Das heißt wir fahren gleich vier Strecken von denen die Plätze zusammengezählt werden und der mit der niedrigeren Zahl der gewinnt. Also das heißt wenn jemand immer konstant erster wird hat er natürlich vier Punkte. Der andere fährt zum Beispiel immer nur zweiten Platz hat am Ende acht Punkte und ist somit dann der Verlierer. So. Der Verlierer musste Bestrafung machen. Wir haben uns auch gesagt wir machen heute die Bestrafung derjenige muss eine Banane essen. Banane. Ja ich weiß das tut langweilig aber derjenige muss die Banane komplett essen. Also es heißt nicht nur schälen und essen sondern nein es wird nicht geschehen. Es wird direkt komplett mit Schale allem drum und dran wird die Banane live im Video gegessen Leute. Das wird auf jeden Fall sehr vitaminreich. Ja gleichzeitig möchte ich euch kurz darauf hinweisen in der Videobeschreibung findet ihr natürlich auch Amaros Kanal. Auf Amaros Kanal kommt ebenfalls heute ein Video online auf dem ihr dann ebenfalls vier Strecken sehen werdet aber mit einer anderen Bestrafung denn wir machen das ganze auf meinem Kanal mit Bestrafung und auf seinem Kanal mit Bestrafung. Das heißt ihr habt da auch noch ein Video mit guter Unterhaltung. Also checkt auf jeden Fall seinen Kanal aus. Wir starten jetzt mit Coco Park. Let's go. So jetzt bin ich mal gespannt wer die Banane bekommt. Also ich muss ja gestehen ich habe noch nie von der Banane irgendwie ein Stück Schale gegessen deswegen weiß ich nicht was wirklich auf mich zukommt. Ich weiß auch nicht ob alle da esse ich keine Schale mit. Also ich mache ja in der Regel schon immer diese Fäden ab ne. Ja das stimmt. Die finde ich auch schon eklig. Und du musst ja vorstellen das ist ja komplett ne. Du bestellst das einmal das Komplettmenü ne. Einmal alles komplett. Ja natürlich. Außer wir müssen dazu sagen außer natürlich oben der Stil wo die dran hängt natürlich nicht weil das ist ja das kann man ja nicht essen. Dann kann ich ja auch noch einen Ast fressen. Ja. Das kommt dann im nächsten Video. Nein. Wir brauchen ja noch Bestrafung für die nächsten Videos. Er ist im Wald Stöcker ist und dann kommt die Zusammenfassung mit dem Zahnarzt. Boah du ey du Dreckfaktor zu direkt die TNT Kiste vor die Nase legen ne. Hab ich schon gesehen. Nein ich hab keine Kiste. Oh mein Gott. Oh tschüss. Ist ja schon wieder da. Hau ab. Ah scheiße mal eine Falte. Nein die Rakete geht zu den Falschen. Schade. What the fuck. Komm gar nicht hinterher man. Komm nein. Ich hätte nein jetzt kriege ich noch ne Rakete. Ey ich wollt grad ne Bombe auf dich. Und dann auf dem Moment kommt ein anderer und holt sich die Bombe ab für dich. Das war deine Bombe. Sehr schön. Jawoll ich krieg jetzt aber alles ab. Das ist aber nicht schlimm. Das ist richtig krass. Aber die Map finde ich eigentlich ganz geil Coco Park. Ja die ist ganz cool. Aber irgendwie komm ich hier kaum zum Boosten. Also. Ja. Nein. Was ist das denn. Da kam die Bombe von. Boah so ein Glück ey. Meine ging gerade knapp an dir vorbei. Da wird der erste. Ich fasse es nicht ey. Erster Platzier. Come on. Noch ist alles offen. Noch ist alles offen. Noch ist alles offen. Die gesamten Platzierungen werden am Ende zusammengezählt. Und wer die niedrigste Platzierung aus allen vier Rennen hat. Der hat das. Den Grand Prix quasi gewonnen. Drei Strecken kommen ja noch. Zweite Runde. Neues Glück. Ja. Ich hoffe mal. Für mich jetzt. Dass es besser läuft. Ich hoffe mal. Das war schon wieder deine Bombe. Nein. Nein. Guck doch. Jetzt sind wir nicht so weit vorne. So weit. Hast du ein Glück man. Nein. Hey. Hab dich wieder verfehlt. Das hättest du gar nicht. Das grüne Ding alter. Ja ja. Dann kommt nur so was ekliges geflohen. Du hast irgendwas an dir. Dass man dich nicht treffen kann ey. Gibts zu ey. Ja du. Ich muss auch irgendwie immer an den Süd kommen. Ich komme gar nicht nach vorne man. Das ist. Ich komme. Ich habe das Gefühl. mein Auto für mein Kart fährt gar nicht ey. Das ist nicht so schlimm. Mhm. Hurja. Jetzt werde ich aber auch durchgehend getroffen. Ich war die ganze Zeit zweiter und dritter und dritter und jetzt sechster. Ja da war ich gerade noch auf dem sechsten. Ja jetzt werde ich auch noch verbrannt. Ey was warum werde ich jetzt von jedem getroffen. Achter Platz. Ich werde dauerhaft. Ich krieg alles ab was hier kommt. Ob es Bomben sind. Ob es irgendwelche Nitro Kisse sind. Jetzt werde ich wieder verbrannt. Tja. Karma. Ja das Ding ist komplett durch. Ah toll. Ich dachte kommt jetzt was besseres. Was zu boosten oder so. Ah sehr schön. Sowas habe ich gewartet. Ja man. Sehr schön. Siehste. Und schon sieht es anders aus. Sechster. Ah komm sechster. Sechster. Ist noch alles drin. Ist noch alles drin. Ja. Nein ich habe keinen Blitzschlag gemacht. Oh. Oh. Wie er direkt so eine komische grüne Dings hat. Ja und direkt vor der Wand sitzt. Was. Er schießt mich ab wo ich wobei falle. Das ist doch nicht wahr. Was. Oh du bist aber knapp hinter mir. Kann ich. Was. Nein. Nein ich habe so eine Pflanze gefressen. Ich war neben dir. Und die Pflanze habe ich auch gekriegt. Scheiße ey. Jetzt bin ich siebter. Ich bin achter. Kann ich denn sagen. Scheiße. Ich habe da jetzt gar nicht geachtet auf die scheiß Pflanze ey. Nur geguckt dass du nicht an mir vorbeikommst. Scheiße ey. Ja okay. Alles drin. Alles noch drin. Weg da. Nein er kommt mir das Geschenk. Scheiß Pflanze ey. Auf die habe ich jetzt gar nicht geachtet. Schon wieder Pflanze. Ich bin so gut. Ich halte mich jetzt gerade fern davon. Ich halte mich jetzt gerade fern davon. Oh. Er hat irgendwas geschossen dort gerade. Ja. Ich sehe gerade es hat nur einen von den Wuppertfrüchten. Ich habe ja keine gesammelt hier. Ach was mache ich denn? Oh mein Gott. Ey ich bin wieder so komplett drin in dem Spiel. Wieso die nächste Pflanze oder was? Ach ey komm. Jetzt. Ey jetzt geht noch eine Bombe ab. Siebter. Jawoll. Jetzt bin ich schon wieder 6 da. Ich kenne zu viel. Sechster Platz. Sechster Platz man. Tja. Jetzt muss man mal gucken. Jetzt könnte es ja spannend werden. Warte mal 12, 13 hast du. 4 habe ich. Oh ne. Ich würde sagen. Wollen wir das 4. noch fahren oder? Ich überlege gerade eigentlich. Also eigentlich ist das Ding durch. Das Ding ist durch. Ja Maro. Ich wünsche dir guten Hunger. Danke. Danke. Schreibe für Amaros Kanal. Dort gibt es ebenfalls ein Video. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Ja und da sind wir auch schon angekommen. Bei der Bestrafung. Eine Banane essen. Komplett mit Schale. Ich darf Gott sei Dank das Anfang. Oder den Anfang und das Ende wegschneiden. So sieht das Ganze aus. Habe ich mir gerade besorgt im Supermarkt. Ähm. Anfang. Ende. Und da ist das gute Stück. Mit Schale. Ähm. Ja. Hier sind auch so ein paar Stellen dran. Und bin ich mal gespannt. Also ich stelle es mir richtig ekelhaft vor. Also ich habe es vorher auch schon mal gegoogelt. Ähm. Ob da irgendwas schlimmes bei passieren kann. Aber. Äh. Es ist auf jeden Fall nicht empfehlenswert. Und. Aber in der Schale sollen die meisten Vitamine stecken. Deshalb. Mahlzeit. Ja. 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 Also auf jeden Fall. Echt krass. Und mal. Boah. Äh. Man kann es echt extrem schlecht runterschlucken. Aber dennoch. Ich weiß nicht wie man es hört. Wie krass das ist. Äh. Ja. 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 Also es ist eklig. Definitiv. Aber ich habe es mir. Ekelafter vorgestellt. Ich bin froh, wenn ich es aufhabe. Im Grunde genommen man kaut und kaut und kaut, die Banane ist schon lange weg und man kaut nur noch auf der Schale drauf rum, weil die einfach echt schwierig ist zu essen. Boah, war kurz davor zu wügen, reißt schon auf. Boah. 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 Mmmh. Ich versuche an irgendwas leckeres zu denken. aber es ist verlautend schwierig das letzte stück so kurz davor zu würgen das ist echt ekelhaft die banane ist weg ich hoffe euch hat das format gefallen es kann nur eingeben bei zocker tv und bei hamaro wenn ihr das format gefallen habt lasst gerne einen daumen nach oben da gibt uns ein kostenloses abo würden wir uns sehr drüber freuen und ansonsten ciao ciao haut rein euer hamaro und zocker tv ciao ciao